Herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Dune Eternal. Okay, was haben wir hier? Dankeschön, das war knapp. So, jetzt kann ich hier auch mal gemütlich durch. Oh, hi. Okay. Ja, ihr hört doch bitte auf, mich hier irgendwo festzusetzen. So, dann komm. Langsam. Gut so. Dann könnt ihr noch ein bisschen Munition und Dings brauchen. Ähm, muss ich da noch mal rüber? Eigentlich nicht, ne? Da haben wir alles mitgenommen. Ah, das ist wohl das, äh, Dings. Hier, äh, Elektro-Bereich. Alles klar, dann bitte nach oben. So, guten Tag, guten Tag. Hm. Was da hinten ist, was soll ich glaube, das haben wir auch schon. Ah, warte mal, wie hier ist es dann? Ah, wir könnten wahrscheinlich, oder wir müssen noch eins runter. Für die geheime Begegnung. Das war's dann mit euch. Das war's dann mit euch. Die Frage ist, wie kommen wir da jetzt runter? Ah, mit der Wand wahrscheinlich? Jo. Ja, dann schauen wir doch mal, was wir hier angeboten kriegen. Okay, danke schön. Das ging. Das ist überraschend gut. Vielen Dank dafür. Haben wir noch eine, aber die können wir dann später mal holen. Okay, dann müssen wir ja erst noch finden. Ah, das sorgt wahrscheinlich dafür, dass der Windstoß gerade kurz aufhört. Ist das nicht in Ordnung? Fast. Ey, da lebt ja noch irgendwas. Okay, da lebt noch einiges. Ach, du lebt tatsächlich ja auch noch. So, zwei weniger. Na ja. Na ja. Tut mal fast. Alles klar. Es wird, es wird, es wird. Hm. Da müssen wir wahrscheinlich dann drauf. Gibt's denn sonst noch irgendwas mitzunehmen? Tatsächlich, hier ist noch ein... Bleibst du jetzt hier unten? Ah, sonst müssen wir es halt nochmal holen. Ist ja auch gemacht. So. Mehr davon. Vielen Dank. Ja, aber du gehst wieder hoch. Okay. Macht ja auch so, wir müssen ja irgendwie wieder zu... Oder müssen ja da irgendwie hochkommen. Von da ist es ja verständlich. Also, auf ein neues. Das reicht gerade nicht. Das reicht gerade so nicht. Kann man es da nicht irgendwie noch dranhängen? Hat das Ding verpasst? Das hat vielleicht noch geklappt. Okay, so weit reicht es leider nicht. Na komm. Könnt ihr mal Jump-Runner-Einlagen machen, die ich auch hinkriege. Jetzt zum Beispiel. Okay, dann darfst du so wieder hochfahren. Sehr freundlich. Ah. Schafft. Schafft. Sh Wand. Let's go. All right. Hey. Oh. Hey. Oh. So, das können wir ein bisschen zerlegen. Ja, einmal dran. Hier. Hey, nicht ausweichen. Okay. Dank. Dankeschön. Ja, wie gesagt, es wird knapp zwischendurch. Es wird echt knapp. So, lass es mal grad schauen. Wir haben, ich glaube, wir haben jetzt auch die Hälfte, eins, zwei, drei. Ja, genau. Fast. Hier Sachen mitgenommen soweit. Gehen wir hier mal rüber gucken, dass wir nicht allzu viel Schaden nehmen. Ja, übersehen haben wir hier unten erstmal nix. Da oben geht's dann noch weiter. Oh, das ist noch etwas größer, der Devil. Hier könnt ihr aber weg. So, hier wird nix beschworen. Alles klar. So, da oben ist für da grad ein bisschen was mit Munition. Ja, wie sieht's aus, wie geht's dann hier weiter, ne? Ja, obenrum. Können wir das irgendwie runterlassen? Ich kann mich zwar da dranhängen, aber das bringt mir ja nix. Da hinten komme ich ja nie im Leben. Ja, gut, da geht's wieder zurück. Ich gebe aber grad das... Ding noch holen. Ah, hier geht's rein. Ah, ist sogar eine Secret Area. Okay. Die gar nicht angezeigt wurde als Secret. Aber gut, dann haben wir das mitgenommen. Gab halt keine Sammelobjekte hier drin, von daher... Ich weiß ja nicht. Irgendwas, was wir hier aktivieren können. Oh, wir haben dafür keine Munition. Das heißt, Snipern ist nicht. Ja, wenn's leere springen, wird, glaub ich, auch nicht so viel bringen, ne? Hö, hier ist ja nix. Dann schauen wir mal... Einmal mit Wind. Sehr schön. Hi. Hi. So, nochmal bitte durch hier. Dankeschön. Dann war's das mit dir. Du kannst mal wieder Muni hergeben. Und du bist grad ein bisschen zu langsam, meine Wörfe. So geht's ja auch noch. Okay. Okay, da geht's wohl weiter. Dank. Ah, das waren sie sogar. Sehr gut. Ja, dann da dran und dann hochheften, schätze ich. Ähm, es gibt da hinten auf jeden Fall. Ja, genau, hier gibt's dann jetzt Sachen einzusammeln. Okay. Hier dürft ihr zu sein. Kriegt mir das was? Und schauen kann man ja mal. Ja. Sehr gut, sehr gut. Etwas mehr vom Buch. Ich glaub, jetzt können wir dann ja mal hochklettern. Was ist denn von hier irgendwie? Ah, nee, wir müssen da hoch. Machen wir das vielleicht mal so. Aber mit dem Momentum kommen wir dann da rüber, ne? Jep, alles klar. So, muss ich mir da ein bisschen was gönnen? Sehr schön. Ich sehr schön. Sehr schön. Oh, okay. Jeder bleibt wieder weg. Komm. Komm. So, ist ja schön gemacht. War das dann auch so weit platt? Okay. Ich glaub, das machen wir tatsächlich dann beim nächsten Mal. Schauen wir uns mal an, was das wird. Ich bin glaube, wie viel zuschauen. Hab jeder Spaß. Seid beim nächsten Mal dann wieder mit dabei. Und bis dahin. Macht's gut und ciao, ciao.